Musik und 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 5 5 innen auch und Mönchengladen er sagt das ist gut für neue Gruppen Stiftung das bleibt kommen kommen daher ich bin nicht im gefecht könnte ich mir raus und meinung mit mir spielen an der piste anzeichen auch da ist ja ja die haben uns nicht angegriffen die kann ja auch ein ganzer Bayern sag mal, was ist denn das hier für? kann ja kein Mini mehr sind die Leibauer mehr vorbei Alter, wir haben doch erst mal vor, warum schießt denn den 8000 dann? ganz klar echt okay also wir die Zuschauer, die einfach zuschauen, die... wir geben alles aber du seht, das ist nicht ganz so einfach da ist ein feindlicher Scharfschütze ich habe feindlichen Soldaten gesehen ich schützt die ich dachte, sie hat noch mal Blut ja, wir haben hier einen feindlichen Soldaten ich habe eine feindliche Scharfschütze ich habe eine feindliche Scharfschütze wo hast du? ich habe eine feindliche Scharfschütze ich habe eine feindliche Soldaten in eurem Gebiet gesichtet, over die Ich habe immer noch einmal Treff, ey ich habe nur noch einmal Treffer, ey und dann sterben die die ich sehe einen feindlichen Soldaten ich habe einen ich habe noch einmal Treffer, ey ich sehe einen feindlichen Soldaten du hast ihn eine in die kisten der freis hat die sprengladung an einsatz der sprengsatz an einsatz ziel bravo wurde vom fein entschärft jungs volle konzentration hier muss von uns Punkt und her ich habe ein Jahr in der Entelnoten die Städte die Städte hat und das hat mich auch gerade fies getroffen nur beim Antrimismus muss er um er hat einen nun ich bin ich komme drüber jetzt und das war ja nicht das haben wir als Teil noch die erste da nicht so übermachen noch ein Weg geholt Prozent er hat und dann kommt drei Mann an Künstler ausbrechen die Stiftung hat er auch so hat sie ihn bis zu Euro Kultus und so wir wollen uns kommen hier ist der Klinik in Europa auch noch nicht im Fallschirm immer noch eine Ressourcen und Pumptein am Bestreifen was die Händel ist auslohren hey wie kann das sein jetzt bitte ein ganz besonderes aber dem alles rein und hat rot und über alles bestimmt zehn neuer den Ortenlöscher gemacht auch nehmen wir lassen die hier spüren und vom Kumpel rechts rechts alles gut hat mich mal den Spawnpunkt von diesem Squad finden die Sprengladung ist an Einsatzziel Bravo angebracht ich hab hier einen fetten Soldaten, da spiel ich hier hier, hier, hier sehen über uns die Sprengladung ist an Einsatzziel Alpha angebracht ja, falls sie runter ja, sieh so, sieh so denn im Haus noch einer, ne? Hast du den? umhörens mich mal stellen mich mal für Räder genau wir lassen uns Räder stellen ja, ich hab sie gesprengt ja, ich hab sie gesprengt ja, ich hab's gesagt, wir holen uns den Denner zur Unterstützung her gut, das war's für die heutige Folge ja, wir haben gerusht und bedanken uns ja, fürs Einschalten wie gesagt, wir nehmen so zwei, drei Folgen ein Stück auf also auf Kommentaren können wir noch nicht eingehen machen wir aber dann nach der Session und wenn es euch gefällt, schreibt einfach mal rein wenn nicht, können wir auch reinschreiben, doch und nur mit euch noch schönen Abend, Jungs, oder? ja, genug ja, genug gut inart du tschüss ja, Mon, Tschüss ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020